Hi, ich bin's wieder, eure Cassie für Monaco Deluxe und ich zeige euch heute in diesem Tutorial die neuesten Trends für den besten Start in den Sommer. Das heißt, es geht um Farben, um Vorbereitung für den perfekten Look. Viel Spaß! Mein erster Tipp für den perfekten Start in den Sommer ist, den Körper zu entgiften und das mache ich am liebsten mit Heilerde-Kapseln. Die sind nämlich komplett auf natürlicher Basis, da ist nur Heilerde drin, sonst nichts. Und das tut nämlich die ganzen Giftstoffe aus dem Körper rausschieben und dann strotzt unser Körper wieder vor Lebensenergie. Das mache ich wirklich sehr gern. Es sind 120 Kapseln drin, das nimmt man drei Kapseln am Tag zu jeder Mahlzeit ein. Damit hält das dann 40 Tage, also ein guter Monat. Das ist mein Tipp Nummer 1 für euch, für einen perfekten Körper schon mal von innen. Tipp Nummer 2 für den schönen Körper von außen ist ein Peeling. Ich habe mir jetzt mal das Meersalze-Peeling von der Thermi Erding rausgesucht. Nehme ich wahnsinnig gerne, wenn ich nach meinem Fitnessstudio, wir haben eine schöne Sauna und nach dem Lotion kann ich mich damit schön einreiben. Und danach gehe ich in die Sauna und dann ist auch der Körper von außen sehr schön, sehr weich. Und danach darf natürlich eine Bodylotion, die richtige Pflege auch nicht fehlen. Und dann passt schon mal hier komplett die äußere Hülle. Und mein Tipp Nummer 3 sind, benutze die neuen Frühlings- und Sommerfarben. Das sind nämlich wunderschöne Rosé-Töne. Ich zeige sie euch mal. Ich habe mir mal die schönsten rausgesucht. Und wir befinden uns hier in einem wunderschönen Pink-Bereich, ein zartes Rosé, leicht auch in das Orange mit rein, gerade der hier. Wie ihr seht, ich habe auch meine Nägel bereits in diesen wunderschönen Farben lackiert. Und was auch eine Trendfarbe ist, ist Niagara. Niagara ist so ein Grau-Blau. Das ist so ein Denim-Blau, so ein Jeans-Blau. Das könnte man zum Beispiel für die Augen super nehmen, während man die Farben hier unten toll als Rouge oder für die Lippen hernehmen kann. Aber vielleicht auch fürs Augen-Make-up. Das zeige ich euch jetzt. Das ist mein perfekter Sommer-Look. Perfekt passend auch zu meiner Bluse im Übrigen. Ich habe jetzt, wie ihr seht, wunderschönen Rouge aufgetragen. Hier auf den Augen habe ich den schönen Rosé-Ton, habe ich den hier genommen. Und nach außen hin bin ich mit einem Grau-Blau reingegangen. Und auf die Lippen habe ich den Lippenstift von Raviderm genommen. Fashion Lady Pink. Also alles perfekt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Video, mein Sommer-Look, da habe ich ein bisschen Frische jetzt. Und viel Spaß beim Nachmachen. Und ich freue mich natürlich immer über einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Und das nächste Video seht ihr hier. Viel Spaß!